Hallo, ich bin Felina. Also für mich war die Zeit jetzt mit Corona eine sehr große Umstellung, weil ich nicht einfach morgens in die Schule gegangen bin oder einfach täglich meine Freunde gesehen habe. Und es sind für mich auch sehr viele Sachen ausgefallen, auf die ich mich sehr gefreut hätte. Zum Beispiel meine Konfirmation ist ausgefallen, aber auch der andere Gottesdienst, in den ich einmal im Monat gegangen bin. Aber auch ist zum Beispiel eine Schufart von mir ausgefallen, auf die ich mich auch sehr gefreut hätte. Aber ich finde, man kann auch was sehr Positives daran sehen. Zum Beispiel verbringe ich viel mehr Zeit mit meiner Familie, wir unterhalten uns einfach draußen oder spielen einfach Spiele. Und ich finde, das ist doch noch ein sehr positiver Punkt, den man daran einfach sehen kann.